Was studierst du an der Stenden University? Ich studiere Tourismusmanagement. Und warum hast du diesen Studiengang gewählt? Weil ich immer interessiert war an Reisen und an dem Management, was dahinter steht. Das ist jetzt alles zu organisieren. Ich stelle jetzt eine internationale Hochschule. Wie wichtig ist für dich der Fakt, dass du ein internationales Studium machst? Das ist sehr wichtig, weil dadurch mein Englisch sehr verbessert wurde. Und ich mag den Umgang mit anderen internationalen Studiengängen. Danke schön.